Zum Schluss nochmal! Zum Schluss nochmal! Ja, nein! Schluss nochmal! Deshalb, weil, und das ist dann bezuglich, dass man so ein Highlight sieht, aber, und das ist etwas, was mir in der Probe gestern gesagt und versprochen hat, ist, die Nummer, die jetzt kommt, die wird bestimmt für Zugabe sorgen. Lernen wir Sie Ihnen, Lernen wir Sie auf Bühne! Großen Applaus für Sie! Tschüss. Du, Kappen! Gute Ganzen! Gute Ganzen! Gute Ganzen! Oh! Gute Ganzen! Ja, Sie sind rein! War das Wies ит? Zern ist ein Krarmer! Ja. Ich war einfach mal geiler, Sandler, Applaus 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 Zuerbe, zu werben. Applaus Also, liebe Leute, jetzt hättest du uns zwei alten Hirschböcke-Sekke dafür geschickt, damit die hier hinten ihre Gäste finden können Der erste Auftritt war mit leeren Gästen. Der zweite Auftritt wird in leeren Flaschen sein. Vielleicht haben wir ja auch noch einen dritten Auftritt. Der erste Auftritt war ja ziemlich peinlich. Der zweite Auftritt war ziemlich operatisch. Ja, dann würd ich sagen, damit ihr nicht alle geschlafen, stellt uns bitte alle auf. 8. 8. 8. 10. 16. 15. 16. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist umgeblieben? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017